Vortrag Präsentation Gehören ältere Leute ins Altersheim? Variante 1 Ich begrüße Sie heute zu meiner Präsentation. Das Thema meiner Präsentation ist, gehören ältere Leute ins Altersheim? Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich meine persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach sage ich die Situation in meinem Heimatland. Dann spreche ich die Vorteile und Nachteile. Zum Schluss sage ich meine Meinung und beende die Präsentation. Ich finde das Thema sehr praktisch. Heutzutage diskutieren viele Leute über Altersheim. Leider habe ich keine persönliche Erfahrung. Wir wohnen alle zusammen. Wir sind neun Leute. Ich liebe meinen Opa und ich verbringe meine Zeit mit ihm. Ich höre gern seine Geschichte. Leider habe ich gesehen, dass viele Leute wollen, ihre Eltern ins Altersheim zu schicken. Es ist sehr traurig. Ich kann meine Gro-Eltern in einem Altersheim nicht denken. In meinem Heimatland sind Altersheim nicht so berühmt. Ältere Leute leben mit ihren Kindern. Die Kinder lieben und pflegen ältere Leute. Die alten Leute kümmern sich um ihre Enkelkinder manchmal. Der größte Vorteil von Altersheim ist, dass niemand in einem Altersheim allein ist. Ältere Leute können neue Leute treffen und Zeit gemeinsam verbringen. In einem Altersheim ist Hilfe immer da. Die Mitarbeiter kümmern sich perfekt um ältere Leute. Sie geben die Medikamente pünktlich und helfen schneller im Notfall. Sie organisieren interessante Freizeitaktivitäten und die Atmosphäre ist für ältere Leute sehr entspannend und ruhig. Nachteile Umzug in eine neue Umwelt ist schwererig für ältere Leute. Sie könnten sich einsam fühlen. Es erhöht Stress und ist nicht gut für die Gesundheit. Das Personal wechselt regelmäßig. Es ist schwierig für ältere Leute. Meiner Meinung ist, dass ältere Leute ins Altersheim nicht gehören. Ältere Leute haben ganzes Leben um uns gekümmert. Die Senioren brauchen nur unsere Liebe und Pflege. Es ist wirklich sehr peinlich und traurig, die Eltern ins Altersheim zu senden. Aber wenn es niemanden gibt, der sich zu Hause um ältere Menschen kümmern kann, ist Altersheim eine gute Option. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Feedback Ihre Präsentation gefällt mir sehr. Ihr Vortrag habe ich sehr interessant gefunden. Sie haben dieses Thema sehr gut präsentiert. Fragen Ich habe eine Frage an Sie. Gibt es ein Altersheim in Ihrer Stadt?